Nicht direkt, das ist direkt. Das ist ja direkt schon dort. Ja, irgendwo hier. Ach, da ist sie schon. Ah, ich hänge im Baum fest. Nee, das bist du. Hä? Verdammt. Was? Geh lang. Ja, ich hab's gleich. Warte. Die Spinnen hätten echt noch eine Seite mehr droppen können. Wieso? Vielleicht angeln gegangen. Ach so. Ah ja. Oh, hier sind Spinnen. Ach meine... Oh, hier läuft noch ein Zombie rum. Bist du bescheuert oder was? So viele Kühe und Pferde und Scheiße. Und wo ist meine Hütte hin, verdammte Kacke? Da hinten ist ein Creeper. Ja, wunderschön. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach so, übrigens... Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber ich hätte eventuell mein Schwägerchen, der vielleicht auch noch mitspielen hätte wollen können, sollten tun machen, eventuell. Ja, warum nicht? Dann kann ich ihn nämlich... Sag mal, ich bin total unfähig heute, ey. Wo ist meine Hütte hin? Ah, hier ist eine Scheiß-Scheiß-Höhle. Ich, äh... Yoshi, geh doch mal hier hinter weg! Wenn du mit der Pfote in den Ventilator kommst, ne? Das hat sich das erledigt. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Jetzt kann ich jetzt die Felder abbauen, die Dorfbewohner hinterlassen haben. Doch warum kann ich ja damit nicht mehr verärgern? Ja, aber du hast... Jetzt haben wir gar keinen mehr zum Handeln. Dafür kann ich nichts. Die haben einfach dich aufgemacht. Ach so. Wo ist... Fuck it. Wo ist denn jetzt meine Hütte hin, hier? Das ist doch... ...unfassbar. Schaust du es nochmal zurück zum Dorf, dann zeige ich dir den Weg. Ja, warte. Also ich bin jetzt hier bei meinen Einhörnern. Die habe ich ja schon mal wieder gefunden. Ja, kann doch nicht so schwer sein. Am besten baue ich mir hier gleich irgendwie, äh... einen Dreckturm in der Luft, damit ich weiß, wo ich hin muss. Verdammte Scheiße. Vielleicht finde ich es ja... Also jetzt bin ich hier bei der Schlucht? Dann bist du da, stimmt richtig. Ja, ich bin jetzt hier direkt an der Kirche. Du musst von der Seite von der Schlucht ran. Ich bin eben da von meiner Hütte geflüchtet. Ach du Scheiße, ich verhungere gerade. Warte mal. Ich will mal ganz schnell was in den Kopf stecken. Da ist es auch schon. Da bin ich ja immer schön dran rumgelaufen, wa? Drumrum, meine ich. Schön drumrum gelaufen. Das ist ja herz allerliebst. Ah, ja. Schön versteckt hinterm Berg. Alles klar. Ich muss erst mal... Ich muss noch gucken, wie ich was zu essen herkriege. Obwohl, ich hab ja noch Weizen. Jetzt muss ich hier erst mal mit Dreck das Haus erst mal so halbwegs dicht bauen, hab ich mir gerade so gedacht. Oh, so dunkel. Ja, schön. Ich hab einen ganz tollen Plan. Und? Ich sitze jetzt in einem Erdloch. Weißt du nicht, dass ich hier nicht rauskomme? Sicher war sicher, hab ich mir gerade so gedacht. Über mir trampelt irgendwo eine Kuh rum. Hebe ich hier schon mal ein bisschen den Keller aus. Ist doch auch schön. Oh, ich wollte kritzen. Mich nicht bennen, lady, ey. Mal gucken, vielleicht baue ich dann von hier unten die Eisenbahn zu dem Dorf. Aber wozu brauche ich jetzt noch ein Dorf, wenn da überhaupt gar keiner mehr ist? Das ist ja auch ein bisschen unlogisch dann, ne? So, jetzt hab ich hier schon mal meinen Keller. Boah, Alter, hier war schon wieder so ein Kackgeräusch eben. Meinen müssen die mich so erschrecken. Ich hab gerade einen Enderman gehört. Dann war das das Viehchen. Alter. Das ist aus dem Wissen durch die Gegend, durch den Regen. Ach, deswegen ist da so ein Rauschen. Ich wollte gerade sagen. Ich hör nämlich irgendein Gerausche im Hintergrund immer die ganze Zeit. Alter, dann ist der hier gerade her teleportiert, das Schweine. Ey, das geht ja gar nicht. Dann waren das wahrscheinlich hinten auch alles Endermänner, das Geräusch. Was wir letztens hatten. Was sich so anhört, wie so ein sterbender Geist. Ich bezweifle, dass es ein Enderman war. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall war es gruselig. Ich hab's mir ja nochmal angehört gehabt. Und das ist tatsache etwas creepy. Das hatte ich aber nochmal. Das hatte ich dann aber nicht aufgenommen. Eins, zwei, drei, vier. Gut, dann müssen wir hier nochmal zwei in die Richtung gehen. Ach, scheiße. Genauso nicht, dass ich ein Video gesehen habe mit dem Esel. Ja. Das war auch gut. 1, 2, 3, 4, 4 mal 4, ne? 4 mal 8 oder so. 4 mal 5, 9, 10, 12. Egal. Magst du mir mal sagen, wenn's denn mal wieder Tag wird? Mach ich dann. Zu der Zeit wandere ich hier noch ein bisschen rum. Ich könnte so jetzt halt gar nichts machen. Ich sitz ja auch in meinem Erdloch und mach gar nichts. Oh, ich muss mal die Musik leiser machen. Warte mal. Musik. Musik. Musik machen wir mal aus. Beziehungsweise Musik. Ich hätte ja auch mal Musik anmachen können. Egal. Ah! Wetter. Wetter hab ich jetzt nur noch auf 10. Das muss reichen. Gesamtlautstärke machen wir mal auf 50. Freundliche Kreaturen. Du kannst jetzt ja hier wirklich jeden Scheiß kannst du jetzt hier ja mit der Lautstärke einstellen, ne? Ja, das ist ziemlich praktisch. Ja. Freundliche Kreaturen. Die machen wir mal auf 50. Das reicht nämlich. Und feindliche Kreaturen lassen wir auf 100. Damit ich die rechtzeitig höre. Du kannst ja auch inzwischen zu allen die Steuerung ändern. Ja, das stimmt. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch Sprinten auf den Knopf legen. Mhm. Das kannst du jetzt aber auch mit Control schon. Weil ich mach's trotzdem immer noch mit Doppel-W. Ich mach das über eine Maustaste. Okay. Ich hab... Ich habe meine Maus ein bisschen so geändert, dass eine der Tasten da Steuerung ist. Okay. Du hast wahrscheinlich auch nicht nur eine Pupsel-Maus wie ich mit drei Tasten, sondern ein paar mehr Tasten dran. Ja, und eine Maus mit 11. Ja, siehste. Ich hab 40 Euro dafür witzig. Ja, mein Gott, warum tust du sowas auch? Weil ich ne gute Gamer-Maus brauche. Ach. Oh, hier steht ne Kuh.